Meisel war tatsächlich... Während der unbekannte Beobachter mit dem offenbar nur leicht beschädigten Lastwagen davon fuhr, gingen Justus, Bob und Peter zur Redford-Villa, wo man offenbar nichts von dem Lärm gehört hatte. Die Terrasse lag im Dunkeln. Durch ein offenes Fenster konnten die drei Detektionen durchsuchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017